Dürre, Hitze und viele Waldbrände, so haben wir den Sommer 2022 erlebt. Über 500 Mal brannte der Wald in Brandenburg. Hauptursache Brandstiftung. Schwerpunkt bildet nach wie vor die fahrlässige Brandstiftung und da ist an Nummer 1 sicherlich die weggebrochene Zigarettenkette. Das Ergebnis sind verkohlte Baumstümpfe und verbrannter Boden. Die langanhaltende Trockenheit begünstigte oft die Ausbreitung des Feuers. In unserer Region glücklicherweise seltener als in anderen Teilen Brandenburgs. Im Landkreis Oderspray haben wir aktuell 30 Waldbrände zu verzeichnen bei einer Fläche von rund 16 Hektar. Und im Landkreis Bergisch-Oderland sind es 18 Waldbrände mit nur 3,2 Hektar. Und das ist natürlich erfreulich, dass es auch Regionen gibt, die verschont geblieben sind. Trotzdem waren die Feuerwehrleute auch bei uns im Dauereinsatz, um beispielsweise in Belitz, in Treuenbritzen oder im Elbe-Elster-Kreis mitzuhelfen.